Wald für alles, unser Thema heute und ich stelle euch erstmal kurz die Talkenden vor und erkläre, was wir heute hier mit euch vorhaben. Einmal eine PowerPoint hinter uns, die ein paar Sachen kurz erkläutert nachher, aber das sind auch schöne Bilder, damit wir sehen, worum es geht. Es geht um das Thema Wald und es ist so, dass wir einen ersten Teil machen, wo die Experten, Experten ein bisschen zum Thema erläutern und dann möchten wir euch gerne mit euch vernetzen, eure Ideen hören, eure Forderungen, wie auch immer, was wir machen können, damit mehr Leute über den Wald mitentscheiden können. Kurz zum Einstieg eine Frage, wer war von euch in den letzten zehn Tagen im Wald und der Tierpark ist kein Wald? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, der Kameramann auch, sieben, acht, neun, zehn, auch fast immer in die Hälfte, nicht schlecht. Es ist im Herbst natürlich auch eine schöne Zeit, jetzt warten wir noch auf die Nachtzykler. Dann stelle ich euch jetzt einmal die Talkenden hier vorne vor. Hier vorne ist Anja Steglich, sie ist Landschaftsarchitektin und Dozentin, sie praktizierte unter anderem in Halle, Rio de Janeiro und Wien an den dortigen Universitäten. Sie ist zurzeit Gastprofessorin am Fachgebiet Städtebau und Siedlungswesen hier in der TU und sie ist Mitarbeiterin beim Inter3-Institut für Ressourcenmanagement und die beschäftigen sich gerade mit einem Forschungsprojekt Bioökonomie 4.0, wie kann sich der Wald selbst verwalten? Das erklärt sie nachher nochmal genauer. Dann haben wir hier vorne Jana Valentin, Waldreferentin von Robin Wood. Sie ist Umweltsoziologin, Naturpädagogin und Aktivistin. Sie möchte mit den digitalen Daten, die wir über Wald haben, sammeln, bekommen möchten, Halunken und Halunkenen überführen. Einerseits Vertreter des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, andererseits zum Beispiel digitale Schiffsbewegungen verfolgen, um illegale Abholzung in den Tropenwäldern zu ahnden. Sie sagt allerdings auch, dass nicht nur Daten allein der Schlüssel sind, sondern es sind auch Ereignisse, die konkret sind, Borkenkäferflage, Prage, Waldbrände oder eben Hambacher Forst. Die Problematik. Hier vorne nochmal sitzt Thorsten Welle. Er ist Geograf und leitete zurzeit die Forschungsabteilung der Naturwaldakademie, ist einer der Autoren vom ersten alternativen Waldzustandsbericht. Thorsten war stellvertretender Abteilungsleiter bei der Uni der Vereinten Notionen im Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit und Leiter der Forschungsgruppe Risiko, Vulnerabilität und Resilienz am Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung der Universität Stuttgart. Ganz langer Titel. Sein Ziel ist es, den Wald und seine Rolle in der Menschen- und Umweltbeziehung besser zu verstehen. Mein Name ist Matthias Fischer, ich bin der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Naturwaldakademie. Es ist eine neu gegründete, kleine, gemeinnützige Forschungseinrichtung, die sich speziell mit Wald, Waldwirtschaft, Klima rund um das Thema beschäftigt. Sitz in Berlin und Lübeck. So neu seid ihr jetzt auch nicht mehr, oder? Zwei Jahre. Wir sind frisch. So, erste Frage, wem gehört eigentlich der Wald? Falsch. Drohnen. Drohnen. Thorsten. Erst mal die Frage nach der Fläche, nicht wem gehört der Wald? Achso, okay. Ich kenne das Programm zumindest auch ein bisschen. Jetzt wollte ich eigentlich mir eine Frage stellen. Was denkt ihr, wie viel Waldfläche ist es in Deutschland? Wurde mir jetzt vorweggenommen, deswegen stelle ich die Frage, was denkt ihr weltweit, wie viel Wald gibt es noch auf der Erde? In Deutschland sind es 30 Prozent, wie wir sehen. Auch so viel. Ja, genau. Auch 30 Prozent. Von Natur aus haben wir uns mal überlegt, beziehungsweise die Daten genutzt, um zu gucken, wie denn Deutschland von Natur aus die Waldfläche aussehen würde. Habt ihr da eine Einschätzung? Also wenn der Mensch nicht gebaut wäre, wenn der Mensch überhaupt nicht da wäre, ohne anthropogenen Einfluss, wie es so schön heißt, wie viel Waldfläche hätte man in Deutschland? 70 höre ich, 80 höre ich? Bietet jemand mehr? Zum Ersten, zum Zweiten? Das sind fast 100 Prozent, also über 90 auf jeden Fall kann man sagen. Und wenn man sich da mal die prägende Waldgesellschaft in Deutschland oder Mitteleuropa rausziehen würde, dann wäre das die Buchenwaldgesellschaft, also Deutschland ist ein Buchenland und diese Waldgesellschaft würde zu 70 Prozent überall in Deutschland sein, wenn der Mensch nicht vorhanden wäre. Aber uns gibt es ja nun mal, deswegen 30 Prozent Waldfläche in Deutschland, aber von diesen 30 Prozent wären quasi, also 70 Prozent wären komplett in Deutschland buche, jetzt sind es noch 22 Prozent. Dabei ist auch noch wichtig zu beachten, welche, hier haben wir das mal gemacht, diese 22 Waldarten, na, was machst du? Mach nochmal zurück, mach nochmal die Waldarten bitte. Hier, diese schöne Karte, das wäre Deutschland komplett bewaldet in unterschiedlichen Farben. Braun, was ich eben gerade gesagt hätte, wären diese Buchenwald-Ökosysteme, wären zu über, na, lass doch, achso, er macht es automatisch. Das wäre, wie gesagt, zu 70 Prozent. Heute sind davon noch 22 Prozent vorhanden, was jetzt natürlich auch noch wichtig zu wissen ist, wie ist denn, was wächst da überhaupt drauf? Es gibt globale Daten, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, die sogenannte Bundeswald-Inventur, da werden nur vier Baumarten für Deutschland großartig angegeben. Das ist die Kiefer, die Fichte, die Buche und die Eiche. Alle anderen, die hier noch so stehen, die werden so ein bisschen zusammengefasst in andere Laubbäume. Dabei haben wir fast in Deutschland 50 heimische, wie es so schön heißt, also von Natur aus vorkommende Baumarten, die sich hervorragend an das Klima und an die Standorte angepasst haben, über Jahrtausende. Aber was ich sagen wollte, jetzt sind nur noch 5 Prozent dieser Buchen-Urwald-Systeme da. Das heißt, also auf 22 Prozent, nur noch ein Viertel von diesen 22 Prozent ist mit Buchen bedeckt. Das heißt, auf den anderen Standorten wachsen Fichten oder Kiefern oder andere Baumarten, die von Natur aus dort gar nicht hingehören würden. Und das ist, wenn man sich dann die Frage stellt, wie ist denn der Zustand des Waldes, dann hat das eine große Bedeutung. Also 30 Prozent von Deutschland sind bewaldet. Wem gehört der Wald? Nein, auch falsch. Toll. Total falsch, ja. Ich kann auch was dazu sagen, dass die Waldfläche in Deutschland auch nochmal sehr heterogen ist, aufgeteilt ist. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Da besteht die Landesfläche nur zu 11 Prozent aus Wald, also relativ wenig. Das heißt, da wurde schon relativ viel genutzt durch uns Menschen, also in der Vergangenheit natürlich. In Bayern hat absolut gemessen 2,6 Millionen Hektar Wald, also das ist absolut gesehen das Land mit der größten Waldfläche absolut. Im Prozent sind es 37 Prozent. Ansonsten ist Hessen und Rheinland-Pfalz bestehen zu 42 Prozent noch aus Wald. Also da ist noch relativ viel Potenzial vorhanden. Matthias. Die Frage, wem gehört der Wald? Hier sieht man es ja. Mehr als die Hälfte gehört uns allen. Also dem Staat, dem Bund, dem Land, den Kommunen und ungefähr 48 Prozent gehört Privatwaldbesitzern. Die meisten davon haben sehr kleine Flächen. Das sind im Durchschnitt drei Hektar, das ist nicht so viel. Es gibt nur wenige, die haben deutlich mehr. Also diese Großwaldbesitzer, das sind im Endeffekt ein paar Tausend, wie man sich das so vorstellen kann. Gut, was haben wir noch? Wer entscheidet überhaupt, was im Wald gemacht wird? Kannst du das nochmal erklären, Thorsten? Wer entscheidet, man sieht es hier quasi, Deutschland ist ja föderalistisch aufgestellt. Das heißt, wir haben 16 Bundesländer und dann gibt es sogenannte Landesforstanstalten, die quasi die Hoheit über den Wald haben, beziehungsweise entscheiden, was im Wald gemacht wird. Wir haben uns mal auch die Aufgabe gemacht, wie viele Forstbehörden es insgesamt gibt. Also Forstinbersitz 390. Aber die sind natürlich auch abhängig, was von oben kommt. Das ist relativ hierarchisch aufgebaut, die Landesforstveranstaltungen, die veranstalten einiges. Und die geben quasi die Richtlinie vor, was gemacht wird. Hauptsächlich ist die Richtlinie, was gemacht wird, ist der Einschlag. Also wie hoch der Hiebsatz ist, wie viele Bäume rausgehen und wie viel Geld das bringt. Das ist primär die einzige nennenswerte Sache, die die Landesforstveranstaltung, sage ich jetzt mal so ein bisschen böse, vorgibt. Also ökologische und naturschutzfachliche Gründe spielen da eine untergeordnete Rolle. Also das heißt, im Endeffekt, wenige Fachbehörden entscheiden über 30 Prozent der Fläche Deutschlands. Was mit dem Wald wie geschieht? Und ich will noch mal kurz verdeutlichen, was der Wald für uns alle kann. Gehen wir mal zurück oder gehen vor. Ich suche es mal. Nein. Da ist er. Also ihr seht alle, Wald kann mehr, als man denkt. Es ist eben nicht nur die Holzproduktion, Sauerstoff, Filterung von Wasser, Trinkwasser, Abkühlung am Rand von Städten. Orden ist sehr wichtig. Staubfilterung ist ein großes Thema. Im Wald leben nicht nur Pflanzen, sondern eben auch Pilze. Es gibt Beeren, man kann jagen, wer jagen möchte. Hier nicht so verbreitet, aber es sind Schutzwälder vor Lawinen. Das ist besonders im Alpenbereich sehr wichtig. Oder vor Flutwellen. Also gerade an den großen Flüssen gibt es Auenwälder, die halt Flutwellen versuchen zu verhindern oder zu mindern. Und man ist gerne im Wald. Also man kann dort wandern, Radfahren, Reiten, wie auch immer. Und falls noch niemand gehört hat, Waldbaden ist aus Japan gut erforscht. Also wenn man in den Wald geht, Stresslevel sinkt, Immunsystem wird angeregt. Es ist schön fürs Auge im Regelfall. Bietet auch ein Mitglied von Robin Wood in Berlin an, regelmäßig. Dieses Waldbaden. Wo denn? Das weiß ich nicht. Die heißt Annette und ist in der Redaktion unseres Magazins, wenn ihr da mal nachrecherchieren wollt. So, jetzt wollen wir einfach eine Frage. Wald? Was sind die größten Gefahren? Okay, erstmal, warum ist der Wald eigentlich so wichtig für uns? Jana, hast du noch eine Idee? Ich jetzt? Ja? Warum ist der Wald so wichtig für uns? Na ja, er ist erholsam für uns. Er ist die grüne Lunge der Erde. Er ernährt uns. Er filtert unsere Luft. Im Grunde hast du es schon alles aufgezählt. Warum ist der Wald? Er produziert natürlich ungemein viel Holz. CO2-Speicher, genau. Artenvielfalt-Speicher. Was ist denn die größte Gefahr in Deutschland für den Wald? Also die größte Gefahr, würde ich sagen, kann man jetzt so nicht sagen. Also der Mensch, sagen wir mal so. Egal, welche Punkte jetzt aufgezählt werden an Gefahren, sind wir eigentlich immer der auslösende Faktor. Ob es jetzt der menschengemachte Klimawandel ist mit der Dürre, die dem Wald ziemlich zusetzt, mit den Extremwetterereignissen, den Sturmereignissen, die den Wald sozusagen da niederlagen lassen, die den Wald, vor allem die Dürre schädigt den Wald so sehr, dass er dann halt auch anfälliger ist für beispielsweise den Borkenkäfer. Wobei, den möchte ich jetzt gar nicht so sehr damit zählen, weil eigentlich spielt er uns so ein bisschen in die Hände, weil er die ganzen Monokulturen, die Nadelmonokulturen so ein bisschen platt macht und es eine Chance gibt, da auch Laubwald wieder draus zu machen. So, also Klimawandel kann man mal im Großen sagen, dann irgendwie Rodung spielt jetzt in Deutschland eher eine untergeordnete Rolle, wobei man sich auch schon fragen kann, warum manche Landeswaldgesetze irgendwie Rodung definieren als alles ab zwei Hektar. Also das heißt 1,999 Hektar ist dann noch keine Rodung in Deutschland, in vielen Bundesländern. Aber da sieht es auf jeden Fall in den anderen europäischen Nachbarländern auch nochmal viel schlimmer aus. Also beispielsweise gerade naturnahe Wälder oder nahezu Urwälder in Schweden werden immer noch auch mit Support der Regierung abgeholzt ohne Ende. Oder in Polen letztens noch der letzte Tiefland-Urwald Europas, der Bjerjo-Vjerja-Wald, war hochgradig gefährdet, weil die Regierung da ohne Ende Laubwald gefällt hat mit der Begründung Borkenkäfer. Ja, haha, Borki geht aber nur in alle Wälder. Eine Zwischenfrage, wenn du sagst, warum sind denn Kahlschläge eigentlich so schlecht für den Wald, weil normalerweise der wächst doch wieder nach. Ja, also die Frage ist halt, wie alt ist ein Wald und wie viel CO2 speichert er beispielsweise und was für eine Artenvielfalt finden wir darin. Und wenn wir uns da irgendwie so junge Hupferl angucken an Wäldern, also sagen wir mal 10, 20, 30, 40, auch 50 Jahre, dann ist das halt nichts, wenn wir da die Bilanz uns mal anschauen und uns alte Wälder anschauen, was die uns eigentlich an auch den positiven Aspekten eines Waldes bereithalten. Deswegen, also man kann halt nicht einen Wald einfach wieder aufforsten oder wie das zum Beispiel jetzt im Hambacher Forst mit der Sophienhöhe, ja, wir haben doch alles schön renaturiert. Oder der Treburer Wald, der ist jetzt auch gerade, wird jetzt aktuell genau in diesem Moment gefällt. Da sagt irgendwie die Flughafenverwaltung, wir haben doch schon so viele Bäume gepflanzt, wie da vorher standen. So einfach ist es halt nicht. Man kann es nicht einfach wieder irgendwie mit Kurzumtriebsplantagen oder so aufwerten und hat dann den gleichen Wald da stehen, der da vorher seit Jahrhunderten als funktionierendes Ökosystem gewachsen ist. Das lässt sich nicht einfach austauschen. Und das ganze Thema Waldsterben, gibt es das überhaupt noch? Hört man gar nicht mehr. Ja, gute Frage. Also das Waldsterben, ich bin ja von Robin Wurth, wir haben uns gegründet 1982, da war so das Waldsterben ein großes Thema in Deutschland aufgrund der Schwefel-Emissionen. Alle hatten Angst vor dem sauren Regen, oh Gott, oh Gott, der Wald stirbt. Und dann gab es da auch immer so Zahlen zu und so. Inzwischen sind da überall Filter eingebaut und Schwefel ist überhaupt nicht mehr das Problem. Seit 1983 gibt es auch die Waldzustandserhebung, das hieß mal Waldschadensbericht, inzwischen heißt es Waldzustandsbericht, etwas beschönigt. Das guckt sich das immer noch an, anhand der Kronenverlichtung. Was man da so sieht ist, dass eigentlich seit damals, also ihr seht jetzt hier auf der Skala von 1983, das ist die Kronenverlichtung, die da angezeigt wird. Also je höher die Kurve geht, desto schlechter geht es im Wald und wir sehen halt eigentlich, dem Wald geht es, ist vieler weiter geswitcht, geht es heute im Schnitt noch viel schlechter. Also die Kronenverlichtung ist jetzt bei über 65 Prozent und war damals, als das so in aller Munde war, irgendwie bei 56 Prozent um den Dreh. Das liegt zum großen Teil an der Landwirtschaft so. Also wenn du mich nach Gründen fragst, warum es dem Wald so schlecht geht und woher diese Kronenverlichtung kommt, ein Drittel sind es die Stickstoffemissionen aus Verkehr und auch aus den Industrieanlagen und zwei Drittel davon resultieren aus den Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft. Also die Landwirtschaft ist quasi global und auch hier doppelt und dreifach schlimm für die Wälder und für die anderen Ökosysteme, weil zum Beispiel in Brasilien werden große Flächen an Tropenwald abgeholzt, also wieder weniger CO2-Speicher, wieder weniger Artenvielfalt, mehr Glyphosat im Tropenwald, Landgrabing und so weiter. Da wird dann Soja angepflanzt in Soja-Monokulturen, das wird hierher transportiert und über diese proteinhaltige Nahrung kommt sehr viel Stickstoff hier ins System und dieses Stickstoff, also Ammoniak ist eine Stickstoffverbindung, das wird dann über die Luft in den Wald eingetragen und ja, das schädigt den Wald hier stark. Eigentlich gibt es ja noch genug Wald, also der Wald ist geschädigt, aber gibt es noch viel guten Wald? Kann das vielleicht nochmal an Thorsten weiterreichen? Ja, mach ruhig. Wir haben ja genau einen alternativen Waldzustandsbericht gemacht, der quasi alternativ sein sollte zu dem, was du gerade erzählt hast und was ich vorher auch gesagt hatte, wir haben mal geschaut, wie der Zustand der Wälder ist, geh nochmal bitte zurück und wenn man hier nochmal die aktuelle Waldfläche links sieht, wie viel wir ja in Deutschland haben, knapp, also es gibt unterschiedliche Zahlen, ich erkläre es mal kurz, 11,4 Millionen laut Bundeswaldinventur, aber wir haben uns nur die Flächen angeschaut, die auch wirklich mit Bäumen bepflanzt waren, sage ich jetzt mal und die eine gewisse Dicke hatten und dann kommt man auf einen geringeren Flächenwert und dann haben wir geschaut, wie naturnah sind denn eigentlich diese Flächen, also welcher Baum steht denn, wo steht der auf seinen einzigartigen Lebensraum, also es macht einen Unterschied, wie Matthias vorhin schon gesagt hat, ein Auenwald kann Eichen haben oder auch ein trockener Standort wie in Brandenburg, da wachsen normal eigentlich auch Eichen anstatt der Kiefer. Die sehen aber ganz anders aus, sprich die Bäume passen sich ihrem Lebensraum an und haben demzufolge eine ganz andere Form, sehen ganz anders aus und das haben wir hier mal versucht mit dieser Naturnähe zu beschreiben, also steht eine Buche auf einem Buchenstandort oder steht eine Fichte auf einem Buchenstandort, dann wäre diese Fichte eher naturfern, die Buche natürlich naturnah. Wir sehen von der ganzen Waldfläche ist nur ein Drittel naturnah, also die Bäume, die von Natur aus dort stehen müssten oder würden, sind nur ein Drittel, 30 Prozent, der Rest wurde einfach von uns Menschen so hingepflanzt. Muss man auch sagen, dass das... Warum? Genau, wollte ich gerade dazu kommen, muss man auch sagen, dass das historisch bedingt war natürlich, also der Mensch hat auch schon im Mittelalter sehr stark die Bäume oder den Wald genutzt und auch übernutzt, auch im Rahmen vom Krieg wurden, also nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sehr starke Reparationshiebe gemacht, das heißt die Alliierten haben quasi die schönen dicken Bäume, die es noch so gab, mitgenommen. Dann hat die Forstwirtschaft quasi aufgeforstet mit Kiefer und Fichte, was auch sehr gut funktioniert hat, weil sie halt schnell wachsen und man brauchte auch das Holz. Also es hatte schon dann auch eine Sinnhaftigkeit zur damaligen Zeit, bloß heute weiß man nach 70, 80 Jahren, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht, aber, und das ist das, was wir auch so ein bisschen anprangern, dass die Forstwirtschaft nicht umlenkt. Sie bleibt bei diesem System behaftet. Sie sagt, okay, wir brauchen die Fichte, das ist unser Brotbaum, aber so wie es Jana gerade auch gesagt hat, wenn die in Monokulturen stehen, sind die sehr sturmanfällig, weil sie sehr flach wurzeln. Und sie stehen eigentlich auch gar nicht im Flachland. Ich frage jetzt mal quer, aber wir brauchen ja die Bäume, wir brauchen das Holz, wir brauchen die Forstwirtschaft. Ich war noch gar nicht fertig mit den alten Beständen. Lass mal einmal die Frage dazu stellen. Also viele denken ja klar, schöne alte Bäume sind wichtig, aber gleichzeitig denken wir, okay, wir brauchen das Holz für den Kamin, für Bauholz und so weiter. Ist das eigentlich ein großer Faktor oder nicht? Du hast da auch eine schöne Abbildung. Wie wir hier sehen, also was sagst du? Also das ist vom Statistischen Bundesamt die Daten von 2016. Wir haben 3,4... Hä? Wir hören uns in die Richtung her, jetzt geht er um. 3478 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt und ungefähr 0,1 Prozent davon entstehen rein aus dem Einschlagen von Holz. Also alles, was im Wald passiert, ist das. Das ist 0,1 Prozent. Im Vergleich, habe ich gerade gelesen, nächste Woche ist Black Friday. Da werden in Deutschland an einem Tag 2,5 Milliarden Euro, also ein bisschen weniger als das, nur im Onlinehandel umgesetzt mit Handys, Computern und so weiter und so fort. Also da sieht man mal, die Wirtschaftskraft ist nicht so berauschend. Darf ich da mal einhaken, ganz kurz zu dieser Grafik. Also unser Projekt geht davon aus, dass die sich ja in den nächsten Jahren ganz stark verändern wird, wenn sowas wie Bioökonomie sozusagen stattfindet. Und das ist ja auch Thema auf dieser Konferenz, wie gelingt die Energiewende? Und eine Konsequenz der Energiewende wird sein, auf regenerativer Energieträger umzusteigen. Und da wird der Druck aufs Holz sozusagen und auf die Forstwirtschaft noch enorm steigen. Und dazu zählt, glaube ich, ja über den Einschlag hinaus auch die ganze stoffliche und energetische Verwertung von all dem, was uns der Wald bietet. Genau, und das ist jetzt nicht die verbrauchte Menge Holz, die wir in Deutschland haben, sondern es ist nur die in Deutschland eingeschlagene im Wald. Also Deutschland exportiert und importiert sehr viel Holz und Holzprodukte, vor allem Papier und, ja ich sag mal, Brennholz oder Biomasse, die nachher verbrannt wird, in Anführungszeichen. Also im Kontrast zu nichts Langlebiges, keine Möbel. Genau, ich habe es hier nochmal ein bisschen aufgegliedert, wofür das Holz immerhin verbraucht wird. Ein Großteil wird verbrannt, entweder zu Hause oder in Kraftwerken, ungefähr ein Drittel wird gebraucht für Papier und Zählstoff, also diese Dinge hier und Klopapier und solche Dinge. Und nur ein ganz kleiner Teil, nämlich 13 Prozent, ist der, wo immer gesagt werden, das brauchen wir, Holz. Das, das wir hier auch zum Beispiel haben oder im Bau in dem Bereich. Also das meiste wird sofort verbrannt. Da gebe ich einem ja recht, das wird im nächsten Jahr noch steigen, weil wenn wir immer von erneuerbaren Energien sprechen, ist Wärme zum großen Teil entweder aus Kohle oder aus Biomasse. Und Biomasse ist entweder auf dem Feld angebaut oder im Wald. Oder besser gesagt, Forst in Monokulturen. Da gibt es ja schon den Begriff der Holzlücke. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so weit hin, 20, 25 Jahre und dann geht man davon aus, dass sie sozusagen da ist. Genau. Und was daran so schlimm ist, da würde ich nochmal zurückkommen zu Thorsten, das war diese Folie mit den verschiedenen Baumzuständen. Ich gehe mal zurück. Genau, wenn es das ist, was du meinst, dann ist ja, wenn wir das Holz brauchen, um es zu verbrennen, was ja eigentlich total bescheuert ist, weil Holz hat energetisch einen relativ schlechten physikalischen Wert. Also das soll auch, wenn, sage ich mal, maximal eine sehr geringe Übergangsphase haben, Holz verbrennen. Solar und Windkraft, also eher Solar, sollte da besser funktionieren. Also von daher Holz zu verbrennen, finde ich somit das Bescheuerste, was es gibt. Obwohl es natürlich abends schön am Ofen mal zu sitzen ist okay, aber das sind nicht diese ganzen 50 Prozent, die direkt aus dem Wald in den Ofen gehen. Also das ist schon mal sehr bescheuert. Und was dann dadurch passiert ist, dass der Druck auf alte Bäume, auf alte Bäumbestände zunimmt und das zeigt auch diese Grafik, dass, ach jetzt kommt noch meine Lieblingsfrage, was schätzt du denn, wie alt ist denn der deutsche Wald so im Schnitt? 80, wie hat es gesagt? 70, 80, ja sehr gut, 77 ist das statistische Mittel. Also der Wald oder ein durchschnittlicher Baum? Ja, die alle Bäume, die im Wald stehen, könnte man laut BWI, das Alter der Bäume, die durchschnittlich im Wald stehen, 77 Jahre. Aber dazu muss man wissen, dass eine Eiche locker wie alt werden kann? Genau, oder wenn man mal guckt, Ivenacke Eichen hier in Mecklenburg-Vorpommern, 1.000 Jahre sind die. Im Wald erreichen die wahrscheinlich nicht so ein Alter, aber Buchen 250, 300 Jahre ist da locker drin. Und wenn wir jetzt diese Grafik angucken, dann sehen wir, okay, das sieht irgendwie doch alles gar nicht so gut aus. Alte Bestände, die älter als 140 Jahre sind und naturnah, also da, wo sie stehen sollen, ist halt sehr gering. Erhöht man das Alter um 200, wird es immer geringer, wie ihr sehen könnt. Und also das ist ein riesengroßes Problem. Warum ist das ein Problem? Weil alte Bäume Lebensräume sind. Lebensräume für Pilze, Käfer, Mose, Flechten, die unser Ökosystem erhalten und wichtig sind für unser Ökosystem. Es gibt jetzt neuerdings den Weltbiodiversitätsrat, wurde analog zum Weltklimarat eingefügt, der, ich weiß nicht, viele von euch haben es vielleicht auch gehört, letzte Woche WWF einen Report rausgebracht, 60 Prozent der Arten sterben, sind weg. Warum sterben die? Weil die Lebensräume nicht mehr da sind durch uns Menschen. Und das ist auch ein riesengroßer Lebensraum, den wir dann aktuell zerstören, beziehungsweise verbrennen und das kann nicht der Weg sein. Dann würde ich jetzt mal von der Einladung wegkommen zu den Fragen Daten und Wald und wofür eigentlich Daten brauchen, welche haben wir und wie kommen wir an die Daten, was können wir mit den Daten machen? Vielleicht kann Thorsten noch einmal ganz kurz, achso, generell zur Frage, ich gehe jetzt einmal durch, mal ein schönes Wald, nee, kein schönes Waldbild. Hallo. Auch nicht schön. Auch nicht schön. Grausame Realität. Das sind die, was man aus Holz alles machen kann, aus Bäumen. So, das haben wir schön. Jetzt habe ich das mal, hoffentlich, dass es nicht wieder umschaltet. Es gibt kurz zur Erklärung, nein, ich kann es ja nochmal sagen, weil du das gesagt hast. Also, woher kommen die Daten aus dem Wald? Ich habe es eben gerade auch schon mal angesprochen. Die Bundeswald-Inventur wird alle zehn Jahre gemacht. Wir hatten 2013 die dritte, wird vom Thünen-Institut in Eberswalde gemacht. Und was machen die? Die gehen raus und zählen Bäume an 60.000 Stichpunkten. Das heißt, Deutschland wird so ein Netz drüber gemacht, so ein Grid, so eine Rasterzelle. Und es sind 60.000 Punkte. Und dann gehen die Leute hin und vermessen den Wald, messen wir alt, ein Baum ist, wie hoch, welche Art das ist und so weiter. Und das wird dann quasi inventarisiert und alle zehn Jahre verglichen. Das Problem ist dabei, dass es eigentlich primär nur forstliche Kennziffern sind und wenig über den ökologischen Zustand des Waldes aussagen. Genau. Das Thünen-Institut sitzt in Eberswalde. Die sind verantwortlich für Thünen. Thünen. Thünen-Institut. Es steht auch hier, war mal ein Ökonom, Thünsche Ringe und sowas, steht sogar hier an dem Plakat. Habe ich vorhin gelesen. So, weil es jetzt aber komplizierter ist, es gibt nicht nur das Thünen-Institut, was den Bundeswald, also das Zusammenfass, sondern jedes Bundesland hat einen eigenen Oberforstbetrieb. Es sind 15, weil Bremen hat keinen Wald, nennenswert, die wiederum auch ihre Daten erfassen, die aber nicht unbedingt teilen. Und vor allem sind diese Daten selten öffentlich. Es gibt einige, die sind öffentlich, andere sind nicht öffentlich. Dazu kommt, wenn man sich anguckt, wer über den Wald entscheidet. Guckt nochmal zurück, wir reden jetzt erstmal über den öffentlichen Wald, also Kommunalwald, staatlich, Landeswald. Das machen die Forstbetriebe und die sind im Regelfall bestellt quasi von den Forstämtern, von den Forstbehörden der Bundesländer. Und es gibt in jedem Bundesland ein eigenes Landeswaldgesetz. Darüber gibt es ein Bundeswaldgesetz, das aber nur eine gewisse Richtlinie gibt. Wie das vor Ort umgesetzt wird, entscheiden die Länder selber. Was zur Folge hat, dass eben die Auslegung der Arbeit, wie ein Wald behandelt werden soll, sehr unterschiedlich ist. Und das ist eben auch in jeder Region unterschiedlich. So, wir haben im Moment eigentlich keine, korrigiert mich, keine Daten über den ökologischen Zustand des Waldes, grob. Vor allem keine, die man regelmäßig updaten würde, alle zehn Jahre. Gut, ein Wald entwickelt sich auch langsam, bräuchte man vielleicht gar nicht so oft, aber öfter. Und vor allem haben wir nur, also wir haben keine realen Daten, sondern es sind statistische Daten anhand von Stichproben. Also es gibt keine Flächeninformationen, das ist das, was du wahrscheinlich meintest. Es ist aber auch so, dass die Landesanstalten für Forst, Forstlandesanstalten, die, wie du schon richtig gesagt hast, machen ihre eigene Landesinventur. Und da ist eigentlich auch festgeschrieben, dass sie eine sogenannte Waldbiotop-Kartierung machen. Also da wird geschaut, was für Strukturen gibt es denn im Wald. Ist da ein Moor, ist da ein Alterbaum oder ist da eine Lücke, was da für die Artenvielfalt oder für unterschiedliche Arten recht wichtig ist. Die sind da drin oder sollten sie machen. Problem ist, das gibt es nicht auf Bundesebene. Also die Länder sind alle föderal und schmeißen das nicht alles zusammen. Und wenn man mal nachfragt, ob man mal so einen Datensatz haben kann, dann ist es, wie gesagt, schwierig. Und da sind wir, glaube ich, in einer ähnlichen Diskussion von dem Vortrag, der eben gerade war. Das sind eigentlich öffentliche Daten, die die Steuerzahlen, ihr, wir, alle bezahlt haben. Aber man bekommt sie nicht so einfach oder muss sich auf den Kopf stellen, dass man sie bekommt oder zum Teil sogar einklagen, was auch schon geschehen ist. Also in Baden-Württemberg macht es ja die Forstliche Versuchsanstalt von Freiburg aus. Und die machen da auch durchaus ganz gute Analysen dann noch zu den Daten und so. Aber es ist auch tatsächlich total schwierig, da ranzukommen. Und auf Nachfrage aus interner Quelle sozusagen, weiß ich, dass das schon irgendwie so abläuft, dass man da auch eine gute Begründung liefern muss, warum man jetzt diese Daten haben möchte. Und dann gibt es so einen Nutzungsvertrag und das sollte eigentlich so nicht sein. Es gibt ja ein Umweltinformationsgesetz und auch noch ein bundesweites Informationsgesetz, nicht nur was Umweltthemen betrifft. Und da ist eigentlich festgelegt, dass es keine Begründung braucht, um an irgendwelche Informationen zu kommen. Und dem widersprechen halt viele Bundesländer. Anja? Eine Verständnisfrage, könnt ihr euch erklären, wer ein Interesse daran hat, dass diese Daten im Grunde genommen keine öffentlichen Daten sind? Also ich kenne das aus dem Wasserbereich und aus keiner Ahnung Luftqualität, da ist die Nähe zum Menschen relativ klar. Wer ist denn das im Wald oder in der Forstwirtschaft, der kein Interesse daran hat, dass sowas in die Öffentlichkeit geht? Also da gibt es zwei Gründe. Auf dem akademischen Sektor würde ich sagen, also da hört man dann solche Sachen wie, oh Gott, das wäre ja der absolute Horror, wenn jetzt hier jeder an die Datenrahmen kommen würde. Da müssten wir ja den ganzen Tag nur noch Daten raussuchen. Also es sind dann wirklich so Zitate, die du kriegst. Und dann ist es halt auch ein Hauen und Stechen. Dann ist halt auch die Frage, an welcher Stelle gibst du die Daten raus, wie weit muss die Analyse schon fortgeschritten sein, damit dir nicht jemand sozusagen deine Daten klaut und dann die eigene Analyse drüber legt, bevor du was publiziert hast und so. Also Universität und nicht nur Universität, sondern halt auch Forschung ist ja auch immer ein Haifischbecken und daran liegt es halt auch. Ich glaube, es geht auch um die Deutungshoheit. Also wenn ich Leuten Daten gebe, kann ich natürlich die entsprechend ausdeuten nach einem speziellen System und das machen die Bundesländer so, wie sie es wollen. Und dabei entstehen Zahlen, die nicht glaubwürdig sind, in einigen Bereichen ja, in anderen nicht. Und die wollen natürlich nicht unbedingt, dass es kontrolliert oder hinterfragt wird. Und die reagieren eher unwirsch, oft, nicht immer, aber unwirsch darauf, dass ihre Daten halt hinterfragt werden. Für mich, um es mal weiter zu spinnen, wie können wir denn an diese Daten kommen, also technisch gesehen, und wenn wir mehr Daten über den Wald hätten, was würden wir damit machen? Also jetzt haben wir ja nur grob Baumbestand, aber eigentlich nicht viel mehr. Da war, glaube ich, eine Meldung, oder? Hast du dich da vorne in der zweiten Reihe? Einfach mal laut sprechen, ich glaube, es geht so. Wenn es dieses Bundesdateninformationsgesetz gibt, kann man da nicht klagen? Ja, kann man machen, muss man halt machen. Klageweg beschreiten, das ist der Punkt. Es ist sehr teuer, sehr aufwendig und auch nicht immer erfolgreich. Ich meine, das ist ein Bürgerrecht, also sowas müsste auch einfach machbar sein, das heißt, das dürfte auch nicht mit zu vielen Kosten hinterlegt sein. Hier vorne ist auch noch eine Meldung. Also, wo nochmal, hier vorne? Ich würde das ja ganz gerne noch ein bisschen erweitern, also neben der Bundeswald-Inventur gibt es noch die Kohlenstoff-Inventur, macht auch das Thünen-Institut. Es gibt, es spürt hier auch so ein mobiles Mikro rum. Okay, also neben der Bundeswald-Inventur gibt es noch die Kohlenstoff-Inventur, macht auch das Thünen-Institut. Und daneben gibt es noch in allen Natura 2000-Gebieten die Pflicht zur erweiterten Biotop-Kortierung, sage ich jetzt mal vereinfacht, und der Management-Planung. Da sind auch alle Verwaltungen hinten dran, also haben den Zeitplan nicht erfüllt, aber es gibt da noch ein paar mehr Datensätze, die man abzweigen könnte. Daneben gibt es noch, habt ihr jetzt auch vergessen zu nennen, die normale forstliche Betriebsplanung, also die Forsteinrichtung, die in den meisten Ländern kombiniert ist mit der Waldbiotop-Kortierung. Und da kommen wir dann auch so ein bisschen zu dieser Problematik, wie man an diese Daten rankommt und was für eine Qualität die Daten haben. Also habt ihr jetzt auch schon gesagt, alle Bundesländer haben für sich eigene Verfahren zur Erhebung und deshalb sind diese Daten an sich schon mal ganz schwer miteinander vergleichbar. Bis auf die ganz normalen rudimentären Forstdaten, Baumhöhe und Baumart, alles andere ist dann schon schwierig, vergleichbar schon bei der Waldbiotop-Kortierung. Die Waldbiotope sind unterschiedlich definiert. Also in Sachsen-Anhalt fängt ein Feuchtbiotop im Wald schon ab 100 Quadratmeter an und so. Und dann zu der Datenfreigabe ist, da habt ihr mit allem, was ihr genannt habt, völlig recht. Ein großes Problem ist noch die Datenhoheit, also wer hat die Daten erfasst und bei wem liegen diese Daten und dann kommen wir zu einer Problematik, was die Forstverwaltung, teilweise eben auch die Länder und die Forschungseinrichtungen eben alle haben. Die haben schlicht Personalmangel. Also in Sachsen-Anhalt gibt es genau zwei Leute, die sämtliche GIS-Daten für die Walddaten verwalten. GIS ist Geoinformationssysteme. Ja, geografische Informationssysteme. Das sind so Karten, wo man so ganz viel eintragen kann. Was heißt, da sieht man mal die Priorität, also zwei Leute in Sachsen ist glaube ich, in Sachsen-Anhalt, 20, 25 Prozent des Landes sind mit Wald bedeckt. Das sind zwei Leute, die dafür zuständig sind. Ja, ganz genau. Wichtige Informationssysteme. Und das sieht in ganz vielen Bundeslanden ähnlich aus, je nachdem, wie sich die Forstverwaltungen geschafft haben, da aufzustellen und sich selbst auch abzugrenzen. Und da kommt dann eben noch ein Problem dazu, dass der Person beziehbare Informationen mit dabei vermischt sind. Also diese Biotopkartierung, die wird eigentumsübergreifend gemacht und die Trennung der Daten aufgrund des Eigentums, die muss dann im Nachgang erfolgen. Dann sind wir wieder bei Problem Nummer eins und das ist Arbeitszeit, das muss jemand machen. Klar kann man sich das einklagen, aber da muss sich jemand hinsetzen und muss das machen. Das geht nur zu Lasten von anderen Aufgaben, die da sind. Also müsste man erstmal an der Stelle darüber einfordern, dass nicht wie in Brandenburg, die jetzt vor kurzem ja aufgrund der Dürre 182 neue Stellen ausgeschrieben haben. Das heißt aber nur, dass sie nicht mehr 2000 Stellen in der Forstverwaltung abbauen müssen, sondern bloß noch 1800. Vielen Dank. Vielleicht kennt ihr das ja auch schon, aber ich wollte einmal kurz Werbung machen. Es gibt die Plattform Transparenzklagen.de von der Open Knowledge Foundation und der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die genau mit dem Ziel existiert, Informationsfreiheitsgesetz anfragen oder Umweltinformationsgesetz anfragen, die nicht akzeptiert wurden, durchzuklagen und das zu finanzieren. Also vielleicht könntet ihr euch einfach mal mit denen zusammensetzen. Sagst du noch mal den Namen ganz kurz? Transparenzklagen.de Okay, einfach. Danke. Da hinten noch einmal. Also nach meinen Informationen wurden 80 Prozent der Grünflächen in Berlin in eine Privat-AG, also in eine Aktiengesellschaft überführt. Wir sind ein bisschen darauf aufmerksam geworden, nachdem also bundesweit, wie bestimmt alle gehört haben, also die Autobahnen mittlerweile wohl zu einem großen Teil privatisiert wurden. Die Schulen hier in Berlin zum Zwecke, also mit aufgeblähten Sanierungskosten, also auch zum Teil privatisiert werden sollen. Also für uns stellt sich eigentlich die Frage, was passiert jetzt mit dieser Grün-Berlin, in der also jetzt 80 Prozent der Grünflächen in Berlins überführt wurden. Es ist generell ein Trend, hier vorne war noch nicht jemand, es ist generell ein Trend, dass öffentliche Ressourcen scheinprivatisiert werden und dem bürgerlichen Entscheid entnommen werden und eigentlich darüber keine Kontrolle mehr haben. Also die Dinge, die wir alle aufgebaut oder verdient oder bezahlt oder besteuert, wie auch immer, haben. Zu noch einmal. Ja, eine Ergänzung zu dem, was hier vorne vorhin kam mit der Problematik des Personalmangels der M4S. Das wird immer problematischer, vor allem der Datenverwaltung und einfach auch die mangelnde Qualifizierung in dem ganzen Sektor, muss man einfach mal sagen. Also vor allem geografische Informationssysteme, Datensammlung und so weiter, was ja letzten Endes auf Ebene der Förster und Försterinnen eigentlich passieren muss, die ja viel von den Aufnahmen machen, ist leider im Studium oft nicht immer so die Interessenslage. Das wird auch bei Einstellungen nicht so drauf geachtet und es gibt halt kein wirkliches Datenmanagement in dem ganzen Sektor. Bist du Försterin? Ich habe in Eberswalde studiert, also ich bin nicht Försterin, aber ich habe einige Praktika gemacht und war auch da unterwegs. Und das ist, was mir aufgefallen ist, weil ich persönlich sehr im geografischen Informationssystem interessiert bin und da einfach ein großes Leck schon ganz in der Basis sehe. Und das einfach auch eines der Grundprobleme ist, weil selbst wenn die Daten da sind, Vergleichbarkeitsprobleme und auch Qualitätsprobleme, also was können wir dann eigentlich damit machen? Also auch die Mangel der Qualität der Ausbildung für die Leute, die im Förster und Försterinnen tätig sind. Genau, oder zum Teil auch einfach die Altersstrukturen, also unglaublich alte Förster. Ich kenne ein, zwei Förster, die gezwungen wurden, die ganzen Förstbetriebspläne und Pläne zu digitalisieren. Das haben sie dann mit Hilfe von ein paar Praktikanten gemacht und dann quasi den Laptop zugemacht und die Aktualisierung im Pflege ist dann oft ein Problem. Das ist jetzt so ein Detailausschnitt, es ist sicher, dass es in manchen Ämtern und so anders aussehen kann, aber das ist halt, was ich auch mitbekommen habe bis jetzt. Gut, dann einmal hier vorne eine Antwort darauf und dann würde ich gerne nochmal hier zu uns zurückkommen und das Thema Bioökonomie, technische Möglichkeiten angehen. Bloß zur Berichtigung, also die Förster an sich sind schon ganz gut ausgebildet, aber vor allen Dingen die Politik weigert sich, die gut Ausgebildeten einzustellen. Also für jemanden, der GIS bearbeitet, braucht man auch jemanden, der Geoinformatik studiert hat und nicht Forst. Und bisher war es gerade bei den Forstverwaltungen so, dass man einen Förster genommen hat, der privat irgendeine Weiterbildung gemacht hat. Okay, gut. Ich würde jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen. Welche Möglichkeit haben wir eigentlich, abgesehen von den Stichpunktinventuren, Daten aufzunehmen und wie können wir die in Zukunft auch verwenden? Vielleicht mal kurz, Anja, erkläre mal euer Projekt und wohin es da geht. Also ich habe jetzt ein bisschen Angst, aber ich bitte meine Vorreden oder euch, mir zu helfen, wenn ich da gefährliches Halbwissen präsentiere. Wovon ich erzählen möchte, ist ein Projekt, ein Forschungsprojekt, was wir machen, das nennt sich Bioökonomie 4.0 oder Terra 1, das ist der Umgangsbegriff und Ausgangspunkt. Die ursprüngliche Idee kommt von Künstlern, die haben ein Projekt geschaffen, das nennt sich Terra Zero. Und Terra Zero stellt die These in den Raum, wenn es gelänge, all die Daten, von denen gerade gesprochen wurde, über Blockchain sozusagen zu augmentieren oder ein virtuelles System zu schaffen, dass man dann eigentlich den Menschen nicht mehr braucht. Und da geht es nicht um Forstwirtschaft, sondern da geht es sozusagen um die Frage, die etwas philosophische Frage, braucht der Wald den Menschen überhaupt? In dem Moment, wo man aus diesem Wirtschaftssystem aussteigt, ist es dann die Wildnis oder holzt er sich selbst ab, daran arbeiten die sich ab. Aber was wir sozusagen als Forschungsprojekt aufgegriffen haben, ist die Frage, bietet Blockchain oder so eine digitalisierte Verwaltung vielleicht die Möglichkeit, an der Stelle Entlastung zu schaffen, beispielsweise in der Forstwirtschaft? Und die nächste Frage, kann so eine Digitalisierung dazu führen, dass Stimmen in die Waldbewirtschaftung kommen, die per se im Augenblick gar nichts damit zu tun haben? Umweltpädagogen beispielsweise, alle anderen, die einen anderen Anspruch an den Wald haben als die reine Forstwirtschaft. Aktivisten, Klimaschützer, keine Ahnung, Pilzsammler, Jäger, die ja sicherlich den Wald nutzen. Du hast ja vorhin diese Folien gezeigt, aber in dem Moment, wo es darum um Einschläge geht oder um die Datensammlung im Wald, ja damit ja einfach sozusagen mit dem System gar nichts zu tun haben. Und in dem Moment, wo Blockchain ist ja ein Instrument, was es ermöglicht, dass jeder eigentlich daran teilhaben kann, wenn man sozusagen etwas, die Gesellschaft was zusammenschreibt, ein Programm schreibt, ist das nicht im Moment, wo man wirklich sichtbar machen kann, was der Wald der Gesellschaft wirklich bedeutet. Davon geht dieses Forschungsprojekt aus. Was sicherlich nicht gelingen wird, ist zu beschreiben, ob das mit Blockchain gehen kann, aber was wir machen wollen, ist über einen Serious Game, das mal so ein bisschen vorzudenken, was heißt das, wenn der Wald sich selbst verwaltet und was würde man diesem autonomen Wald mit auf den Weg geben? Im Grunde genommen, welche Funktionen sollen da verankert sein oder wachsen dürfen? Und wir hoffen, dass wir mit diesem Projekt dazu beitragen können, diese Diskussion um Holz und Wald und Forstwirtschaft einfach in der Breite zu tragen vor dem Hintergrund, dass die Bioökonomie den Druck auf den Wald sehr stark erhöhen wird und all die Funktionen, die davon an der Wand standen, wie Klimaschutz beispielsweise, Artenschutz, Vielfalt, Biodiversität weltweit, da am Rande verwirklicht sind und eigentlich sicherlich das Akteure sind, die in der Forstwirtschaft keine starke Stimme haben und dem wollen wir so ein bisschen mit dem Projekt nachgehen. Ich kann deine Frage, welche Daten es sind, irgendwie wirklich nicht als Spezialistin beantworten, aber was ich weiß, was Terra Zero versucht und die RWTH Aachen sind im Grunde genommen das, was einen Baum leistet, den Zuwachs zu, das was im Augenblick noch mit einem Brett passiert, was geschrieben wird, dass das die Bäume selbst liefern, in ein System einspeisen und dann im Grunde genommen jeder Nutzer nachlesen kann oder sehen kann, wie sich der Wald entwickelt und auf diesem Datensatz entscheidet, wie er im Grunde genommen diesen Wald bewirtschaften möchte. Das ist ein Spiel, ein Gedankenspiel, aber es soll dazu dienen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass sowas A geschieht, also da geschieht, wo die Leute den Zugang zu diesen Daten haben und da wird sicherlich das Szenario Produktivitätssteigerung sein und dass es aber auch heißen kann, dass über so eine Digitalisierung einfach andere Ansprüche an den Wald festgeschrieben werden können oder im Grunde genommen in die Bewirtschaftung eingehen. Aber das heißt, der Baum hat einen Tracker oder ein kleines Gerät am Baum, das meldet im Abstand von, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder Jahr oder täglich, keine Ahnung, den Stand, wie breit bin ich gerade oder wie hoch oder wie ist das zu verstehen? So ungefähr, ja. Das ist ein Kunstprojekt, das machen sozusagen Paul Colling und Paul Seidler, haben sich das ausgedacht, wie da die Datenlage ist. Die haben auch ein Stück Wald, wo das geschieht und probieren das aus und schreiben sozusagen diese Daten auf und versuchen mit der RWTH Aachen rauszufinden, was das für die Bewirtschaftung heißen kann im Grunde genommen. Welche Daten da wie in so ein System eingehen und was man daraus baut, das ist im Grunde genommen Forschungsfrage des Projektes auch mit. Also dazu kann ich noch keine Antwort geben, aber ich glaube, was man mit so einer Technologie ausprobieren kann und jeder, der Blockchain schreiben kann und sich mit Forstwirtschaft beschäftigt, wird sicherlich sagen können, was ich da eintragen kann und wie das aussieht und was es für eine Funktion oder was es für ein Wert ist. Und aus welchen Daten, das wäre so eine Frage, die ich vorhin gehabt habe, ich was ableite. Ich kann aus einem Zuwachs am Metern eine Klimaschutzfunktion ableiten oder ich kann es abholzen und verscheuern. Und das drückt sich irgendwann sehr viel später im Holzpreis aus, da hat der Verbraucher überhaupt keine Ahnung mehr davon, was es heißt. Und diese Blockchain-Technologie würde diese Kette, also diese Wirtschaftskette transparent machen. Das heißt, sie gebe mir vielleicht als Nutzer die Möglichkeit, okay, wenn ich hier mein, ich sage jetzt Brett kaufe, ja, mein Stullenbrett, dann kann ich sehen, was das, also am Ende der Kette, was das für ein Baum war, wie lange der gewachsen ist und wo der steht. Sowas gibt es noch gar nicht im Grunde genommen, aber die Vision ist da. Ist das, also wäre ein konkreter Ansatz, wenn das weiterentwickelt ist, dass sich zum Beispiel eine Kommune oder ein Wald meldet und sagt, okay, wir wollen das mal starten als Projekt und in den nächsten fünf oder zehn Jahren sehen, welche Daten wir daraus bekommen und wie die Bürger mitentscheiden, also wie verschiedene Stakeholder mitentscheiden können, was mit dem Wald geschieht? Genau, das ist, also wir haben noch keinen Wald, das ist von Anfang an Ziel des Projektes gewesen, wir haben bisher keinen gefunden. Also was wir im Augenblick machen, wir arbeiten in diesem Serious Game, wo es so ein bisschen darum gehen soll, diese Szenarien zu durchdenken, die auch viele Bürger interessieren könnten und wir suchen im Grunde genommen den realen Wald oder die Forstverwaltung, die mit uns sowas ausprobiert. Ich finde, es klingt erstmal, naja, es klingt halt erstmal total spannend, aber wenn ich dann, also die Begriffe, die ich höre, ist jetzt Wirtschaft, Biomasse, Brustdurchmesser, so Zuwachs an irgendwie Wirtschaftskraft sozusagen und dann ist tatsächlich die Frage, was macht denn die Gesellschaft daraus und die Daten werden jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie rausfinden, wie viele Käfer oder wie viele Käferarten wachsen auf mir gerade aktuell als Baum oder so. Deswegen, also da liegen halt auch genauso viele Gefahren drin und ich sehe auch die Gefahr, dass wenn so ein Wald tatsächlich anfängt, sich selbst zu verwalten, dann kann auch die Gesellschaft sagen, so ja, okay, dann ziehe ich mich jetzt zurück, der Wald wird das schon machen. Normalerweise macht der Wald das ja, also würde ich eingreifen, würde er sich selbst verwalten. Aber wenn er sich selbst verwaltet, inklusive Haarwässer, die dann da durchjagen und irgendwann die Bäume fällen, dann ist es halt eine andere Selbstverwaltung als das, was wir jetzt, wenn dann Tournamen bald zum Beispiel meinen. Genau, also Terra Zero ist ein Kunstprojekt und ich glaube, da steht halt die Frage, wird es Wildnis oder richtet er sich sozusagen zugrunde, je nachdem, was man da sehen kann. Ist auf jeden Fall spannend. Aber zur Frage der Käfer, was ich glaube, was ein Potenzial dieser Technologie sein kann, ist, dass es ja bestimmt ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt gibt, die Käfer lieben und Käfer sammeln und Käfer zählen würden. Und das sind diejenigen, die im Augenblick überhaupt nicht mehr an den Wald kommen, weil sie einfach gar keine Anteile an diesem System haben, beziehungsweise am Wirtschaftssystem. Und wenn man das ändern könnte, wenn man Formate entwickelt, wo im Grunde genommen solche Akteure mitbestimmen können, wie der Wald wächst oder aussieht oder wie er bewirtschaftet wird, dann hat man eine ganz andere Entscheidungsgrundlage. Ich meine, die Forstwirtschaft hat eine völlig andere Tradition. Also da ist ja solche Dinge überhaupt nicht verankert. Ich finde das Projekt auch sehr spannend, was du vorgestellt hast. Bloß eine Frage, die könnte man jetzt auch schon relativ schnell beantworten. Das hast du auch schon gerade gesagt, Matthias. Der Wald wird nicht zugrunde gehen. Also da müsste man einfach nur mal in europäische Urwälder gehen und schauen, was da passiert ist oder was passiert. Der Wald ist ja ein lebendes Ökosystem, was sich selbst auch immer regeneriert. Es gibt Störungen, die das System dann mal zum Zusammenbrechen bringen, wie zum Beispiel Windwurf oder Brände oder sowas. Das sind natürliche Prozesse, die in meinem Ökosystem einfach vorkommen. Das ist so. Und von daher wird sich den Wald immer wieder selbst regenerieren. Also er braucht, wie du auch schon gesagt hast, uns Menschen eigentlich überhaupt nicht. Und die Gefahr, die ich dann auch ein bisschen sehe, wenn man das versucht zu modellieren, Modell ist immer ein Abbild der Wirklichkeit. Macht man sehr gerne, habe ich in der Wissenschaft auch sehr gerne gemacht. Aber man kann so ein komplexes Ökosystem wie den Wald nie zu 100 Prozent erfassen. Und die Gefahr, die ich dann auch sehe, ist, wir geben die Kriterien vor. Der Mensch gibt wieder die Kriterien vor, wie sich so ein System ändern muss. Und da ist mir halt auch sehr oft dann das Wort Wirtschaft gefallen. Und das ist dann auch ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang, glaube ich. Wäre es denn ein Weg zu sagen, also man... Ich habe eine Meldung, glaube ich. Willst du nochmal? Ich glaube, was ich jetzt herausgehört habe, ist ganz viel die Frage, was wollen wir eigentlich? Und ich meine, es ist immer so, dass wir fast gezwungen sind, eine anthropogene Sicht, also eine menschenbezogene Sicht auf den Wald zu machen. Und wie wir mit dem Wald interagieren. Der Wald und das ganze Erdökosystem kommt ohne uns klar. Ich glaube, das wissen wir, darüber müssen wir nicht diskutieren. Und da frage ich auch bei solchen Projekten, wie können wir das nutzen, damit wir die Wirkung des Menschen auf den Waldes so quasi manipulieren können, dass der Wald in seiner Funktionalität als Ökosystem noch weiter fortbestehen kann. Also ich würde hier vielleicht eine ganz andere Frage stellen, weil, wie gesagt, wir können nie komplett die komplette Ökologie und Funktionalität eines Waldes erfassen. Das ist so eine hohe Komplexität, die wird, das übersteigt wahrscheinlich unsere Vorstellungskräfte. Daher ist vielleicht eher da nochmal die Frage, wie können wir die Informationsflüsse, also wie können wir auch Informationen generieren, die gegebenenfalls außerhalb des Spektrums liegen, wie wir momentan auf den Wald gucken und was können wir daraus lernen? Das ist jetzt sehr abstrakt. Und die Frage ist halt auch, also am Ende bleibt immer noch wieder der Mensch übrig. So Bioökonomie 4.0 sagt dann, okay, ich hatte jetzt so viel Biomassezuwachs, der Mensch muss letztendlich entscheiden, wie viel nehme ich denn jetzt da raus? Also wie schraube ich an dem Algorithmus so und was entscheide ich dann, was hole ich dann da am Ende raus und was glaube ich, dass sich der Wald irgendwie so am Leben erhält? Also es ist ja nicht so ein selbstverwaltetes System. Und das würde ich auch nochmal, also wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht von dem Projekt, auch nochmal was andere Daten betrifft, irgendwie in Fokus rücken. Es ist ja immer der Fall, dass egal wie viele Daten wir haben, also mit den Daten alleine ist uns nicht geholfen. Es kommt auch immer darauf an, was machen wir dann am Ende mit den Daten und wie gehen wir richtig mit den um und wie gehen wir ehrlich mit den um. Und da finde ich ist halt auch dieser Waldzustandsbericht, den wir vorhin schon mal kurz hatten, ist ein total gutes Beispiel. Weil der Waldzustandsbericht, das ist ja jährlich schon mal, das ist ja schon mal gut, aber es ist eben nur die Kronenverlichtung und es sind auch nur 13.000 Bäume oder so oder 14.000, schlag mich tot. Und da gibt es so vier Schadstufen, die erste Schadstufe ist die Schadstufe 0 von 0 bis 10% Kronenverlichtung und die wird aber in dieser Berechnung dieses Waldzustandsberichts überhaupt nicht berücksichtigt. Das wird komplett rausgerechnet und was wir als Robin Wood machen, wir nennen das immer noch Waldschadensbericht und rechnen das halt wieder rein so. Also es ist ja immer die Frage, was macht man mit diesen Daten und dann, wie veröffentlicht man sie? Und es gibt halt so anhand dieser Skala, genau du suchst sie gerade nochmal, da sieht man auch, in manchen Jahren geht es dem Wald besser, in manchen schlechter. Das liegt halt auch daran, dass es sogenannte Mastjahre gibt, wo die dann nochmal so ordentlich powern, weil sie vielleicht eh Stress haben und irgendwie Nachwuchs kriegen wollen. Da geht es ihnen dann wieder ein bisschen besser, den Bäumen und im nächsten Jahr wieder schlechter. Wie geht man dann mit den Daten um, was macht man damit, wie veröffentlicht man sie hinterher? Und das Bundesministerium macht das nämlich ganz geschickt. Immer wenn es dem Wald beschissener geht, dann wird es so stillschweigend unter den Teppich gekehrt, dann gibt es keine PM und wenn es dem Wald so einen Minimeter wieder besser geht, dann gibt es dazu eine fette PM, so Pressemitteilung und irgendwie auch einen Termin und so. So, das wollte ich nochmal sagen, einfach, also Daten alleine sind irgendwie, das ist nicht das Ende der Diskussion sozusagen, sondern was machen wir mit den Daten hinterher? Ja, und dann aus Aktionsperspektive jetzt nochmal, weil wir sind ja ein Aktionsverein, die Daten alleine reichen halt auch nicht, um irgendwie eine Kampagne zu starten, so da fehlt dann halt auch immer nochmal was. Also wie kriegt man denn so einen Wald-Pro-Wald-Diskurs hin, sodass die Gesellschaft wieder mehr drauf guckt und sich mehr dafür interessiert oder sowas? Da reichen halt solche Projekte halt auch nicht, egal wie gut sie irgendwie angelegt sind, sondern dann braucht es halt auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich oder Protest-Events, ähnlich wie Endegelände, sag ich jetzt mal, oder tatsächlich auch so Katastrophen wie in Brandenburg, dass dann jetzt mal ein paar hundert Hektar mehr abgefackelt sind, dass die Leute da auch mal wieder hingucken. Also da spielen ja noch ganz viele Faktoren eine Rolle und die Daten alleine sind es halt nicht, über die wir eigentlich sprechen müssen. Wäre denn ein denkbarer Weg oder ein Gedankenspiel, dass man sagt, es gibt in Zukunft den Wirtschaftswald, also der wird optimiert anhand der Daten, die wir bekommen, klassischen Forstwirtschaft und der ist, ich sage jetzt mal, 50 Prozent des Waldes oder der Forster in Deutschland und die anderen 50 Prozent werden wilder Naturwald? Ich habe die Antwort nicht, aber ich glaube, dieses, also ich glaube, das Projekt, was wir da machen, würde ich dir total recht geben. Also die große Frage ist, was machen wir mit den Daten und ich glaube, was wir machen müssen, ist, wir müssen genau darüber sprechen und diese Debatte um Wildnis, beispielsweise um den Wald, die muss einfach sehr viel mehr in die Öffentlichkeit. Also wenn ich, also über jenseits dieses Raumes hier, glaube ich, interessiert es im Augenblick überhaupt niemand, wie es dem Wald geht. Also Robin wurde ausgenommen, aber der ist aus der Debatte total raus. Und ich glaube, es geht darum, gerade im Hinblick auf Bioökonomie, das total an die Oberfläche zu holen, zu fragen, wohin soll es gehen? Ich meine, Brasilien, muss man nicht sagen, was da irgendwie in den nächsten Jahren bevorstehen wird mit der Regierung, das ist ein total aktuelles Thema. Und klar machen wir so ein Projekt zu Daten und Wald, aber im Kern geht es darum, um Partizipation und das Recht an Entscheidungen mitzuwirken als Gesellschaft. Und ich glaube, das braucht es total. Und da geht es nicht um Forstwirtschaft, da geht es um Wildnis, da geht es genau ums Gegenteil. Hier war noch eine Wortmeldung. Also ich würde dem teilweise so ein bisschen widersprechen. Ich glaube, und es gibt auch Umfragen dazu, es gibt in den letzten Jahren massiv gestiegenes Interesse in der Öffentlichkeit und auch ein gestiegenes kritisches Bewusstsein zu der Thematik, wie mit Wald in Deutschland umgegangen wird, dazu haben. Und wenn man guckt, wer da in Bestsellerlisten verkauft worden ist, die Bücher von Peter Wohlleben unter anderem einen Beitrag geleistet und diverse andere Veröffentlichungen. Und ich glaube, woran es wirklich mangelt, ist genau diese Haltung, die es gibt in der Öffentlichkeit, tatsächlich politisch zu bündeln. Und das ist dann das Thema von einer guten politischen Kampagnenarbeit, die das auftragt und letztlich hinträgt zu einer veränderten politischen Rahmensetzung. Und ich glaube, das ist dann an der Stelle weniger eine Frage der Daten, sondern wirklich einer richtig guten Kampagnenarbeit und dann aber auch einer harten Auseinandersetzung mit denjenigen, die halt ja das gewachsene System und auch durchaus selbstzügliche System der deutschen Forstwirtschaft mit Zähnen und Klauen verteidigen. Danke. Ich habe noch eine Wortmeldung, da müssen wir schließen. Ich habe schon hier die fünf Minuten bekommen. Jetzt abgesehen von den ganzen Daten zu den Wäldern, ist es ja schon irgendwie ziemlich wichtig, jetzt die Leute auch mal wieder mit dem Wald zu verbinden und irgendwie was in die Richtung zu machen, dass der Wald einfach auch als Naturgut mehr gesehen wird. Und ich habe die Frage, ob Naturwaldakademie irgendwas in der Richtung auch macht. Wiederhole nochmal die Frage, was genau du machst. Ob ihr Naturpädagogik macht oder Waldpädagogik? Wir machen keine Natur- oder Waldpädagogik. Wir bringen aber Schüler aus der Region Lübeck in den Wald, verschiedene Altersstufen, und bringen denen wissenschaftlich, also auch wirklich praktisch im Wald, den Wald nah. Also von ganz einfachen Dingen, wo finde ich Käfer, bis hin zu, wie kann ich Klimadaten im Wald sammeln, wie viel Verdunstung gibt es und so weiter. Aber es ist ein kleiner Bereich noch, muss ich auch sagen. Aber es gibt bundesweit jede Menge kleinere Einrichtungen, die mit Kindern zum Beispiel oder mit Erwachsenen auch in den Wald gehen. Ich meine, da könnte man ja zum Beispiel das Forschungsprojekt Terra Null, was zum Beispiel auch ein bisschen in die Richtung ging, was dann so forscht, was die Leute im, oder irgendwie so in die Richtung forscht, warum die Leute in den Wald gehen und warum vielleicht manche eine Intention haben, vielleicht eher die Erholung zu machen oder was weiß ich. Das wäre ja schon irgendwie dann auch ein Datenansatzpunkt, den man vielleicht dann nutzen könnte. Also vielleicht ganz zum Verständnis, es ist ein Forschungsprojekt, aber das Produkt dieses Forschungsprojektes, die gibt es noch nicht, wird eine Website und ein Spiel sein, wo man all sowas schreiben kann und sich melden kann und sagen kann, ich will das und das machen und das beitragen. Und inwieweit, also was dann nach Förderungszeit und daraus entsteht, ob das tatsächlich Leute sind, die anfangen, sowas zu schreiben oder auszuprobieren, das ist völlig offen. Also das Einzige, was wir machen, ist im Grunde genommen, wir wollen diesen Diskurs darum entfachen und diese technische Möglichkeit in den Vordergrund rücken. Ansonsten geschieht das jenseits der Forschung, sondern eher im Bereich des Mitmachens. Egal, wer es ist, ob es eine Schule, Robinwood oder eine Forstverwaltung oder wer auch immer ist, keine Ahnung. Okay, dann würde ich jetzt hier schließen. Vielen Dank für euer Interesse, eure Teilnahme, eure Ideen. Danke für die Einladung. Schließ mich an. Danke, dass ich kommen durfte. Wenn ihr noch Vorschläge, Ideen links habt, schickt sie uns bitte über unsere Webseite naturwald-akademie.org. Ich würde die auch an die Experten weiterleiten. Ja, freut mich, wenn ihr euch für das Thema begeistert und vielleicht morgen oder nächsten Wochenende wieder im Wald seid. Danke. Applaus